was mario kart warte was kommt jetzt was kommt als dieses daraus die k fass ein die k fass wenn wir schon hier sind dann dann auch gut mario ok minecraft hier ist er gerne prinzessin zelda nein sie ist nicht hier du bist mit ihr gegangen wir haben dich alle gesehen sogar gerne kann sich daran erinnern dass ich dass ich dass ich besoffen mit prinzessin zelda irgendwie was gemacht habe außerdem hat niemand damit gerechnet dass sie gestern den abend mit ihr verbringen würde was soll das denn heißen inzwischen habe ich nichts gegen einen kleinen todeskampf angaht willkommen alle zusammen zurück zu der legend of zelda mystery of solarus xd wohlbemerkt xd nicht die dx version die wir schon einmal in diesem channel gespielt haben nein wir reden sozusagen von dem april scherz du hast eine zauberflasche gefunden sie könnte eines tages nützlich sein und du findest einfach so hier im gras das habe ich jetzt einfach nur so gemacht um rubine zu sammeln ich habe nicht mal nachgeschaut dass ich wusste nicht mal dass sie da ist und auf einmal finde ich hier ein was läuft denn da unten herum hat er das gerade um und gesehen ja der april scherz geht in die zweite runde liebe freunde oder in dem fall da ist ja mittlerweile nicht mehr der erste april ist oder je nachdem wann ihr euch auch den ersten part und den zwei und diesen part anschaut vielleicht dritten keine ahnung vielleicht ist es auch das finale ich habe keinen plan einfach ein prank hier könnte man sehr gut den hinterhaken verwenden ich kann auch nicht mehr richtig sprechen die frage ist nur wie hier können wir weiter offensichtlich ich weiß gar nicht was ich hier tue wirklich ich weiß gar nicht mehr was ich hier tue ich gehe jetzt einfach hier so frei herum lasst mich einfach so treiben aber ich befürchte ja wir sind wir sehen sie ja die die großen augen und hier sind wirklich einige schlechte jokes verbaut so schlecht dass man sie vielleicht auch ein bisschen über sie lachen kann hier links auch so ein kleiner scherz am rande muss man das lustig finden keine ahnung schaut am besten den ersten part damit ihr das ganze nachvollziehen könnt ich bin mir nicht sicher wo ich als nächstes hin soll jetzt können wir eigentlich das hier öffnen das ist ja eine fehlgefunden das ist ziemlich cool jetzt haben wir können wir das überhaupt müssen wir die damit anfangen kann das sein paar film haben wir nicht mehr wie wir sehen könnte haben wir irgendwelche redundanten gegenstände gesammelt die sich im fundbüro befanden nur damit wir pass auf nur damit wir waren wir das ist hier irgendwo abgebildet das kraftarmband bekommen hier dieses eiserne handschuhe wieder genannt man kann ihn sogar auswählen wenn man kann ich nicht aus okay ich wollte gerade sagen ja okay alles klar gut dann ist das hier wohl wahrscheinlich der nächste dann denke ich mal verfluchte höhle eingang versiegelt zu deiner sicherheit jetzt nicht mehr so es sieht wirklich tatsächlich wie normaler dungeon aus im vergleich zu dem letzten dungeon in anführungszeichen wie gesagt schaut euch unbedingt den letzten paar an damit ihr wisst warum ich das in anführungszeichen ersetze so was was haben wir hier das ist kein dungeon im eigentlichen sinne gibt es keine map hierfür aber hier ist wohl der dungeon gibt wir von mounty python ihr seht ihr seht schon höhenlage nicht wirklich hoch um ehrlich zu sein und diese schlechten jokes müsst ihr da auch aufhören du musst alles loslassen angst zweifeln und unglauben befreie deinen geist da wie ich werde es tun ich werde ich werde meinen unglauben fallen lassen dauert nicht mehr lange es kann nicht tief genug gehen b8 b9 b10 wie tief geht es sehr gut ich glaube wir sind in einem loop gefangen ach so das ist wundervoll das ist einfach wundervoll ich glaube der das ist schon so dass das das sollte wohl so sein hast du denn irgendwas zu sagen was du warst in der verfluchten höhle die jugend von heute ist wirklich rücksichtslos wir sollten mehr warnungen über die gefahren der höhle aushängen oder aus keine ahnung was sie da ausschildern keine ahnung ich habe es dir gesagt du darfst dort nicht hingehen du verstehst das spiel nicht wenn du gerne sehen willst ist nichts einfacher als das nimm meinen schlüssel in meinem zimmer du hättest es gleich sagen können anstatt dich in das abenteuer zu stürzen was ist das für ein schlüssel du hast den knochenschlüssel gefunden du kannst jetzt in die hülle von die ich kann es nicht glauben ich kann ich kann nicht glauben was hier passiert und wo war wo war die wo ist die hülle von gannon wo ist die hülle von gannon na ja verfluchte hülle ja ich habe ich habe ich habe es versucht und ja mein tod war sicher ja sos hier ne ihr wisst schon bescheid und wir gehen in dieses komische gesicht rein was war nochmal hier drin ich weiß es gar nicht mehr stimmt du brauchst jetzt den enterhaken dafür bekommt man überhaupt nen enterhaken ich glaube nicht aber vielleicht täusche ich mich auch so wo wir uns genau befinden können wir ungefähr erahnen weil wir sehen können wo sich hier dieses sos befindet ich denke das wird es sein so der freund hat uns ja nichts zu sagen ja 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 das hat er uns ja schon gesagt ok alles klar ich werde nicht mehr die verfluchte hülle betreten ich denke das ist das beste für alle ne hier xd unten ne minecraft wir sehen es das haben wir im letzten part schon gesehen nur ich habe ein sehr schlechtes gedächtnis deswegen achja das war es fühlst du dich belästigt dann lauf ja das ist genau das was ich tun werde wir wissen wer gleich kommen wird ne es wurde schon angeteasert wer das jetzt nicht geglaubt hat ist selber schuld aber die die den letzten part verfolgt haben die wissen bescheid ne das war ja schon na gut hier war nichts weiter das war ja nur dieser dieser geldbeutel oder was das auch war heiß für uns war ich hier drinnen hier war ich drinnen ja diese trüe ne macht euch nicht die mühe du kannst die truhe nur von unten öffnen und unten ist halt unten ne hängt halt an einer also klebt quasi sozusagen an einer wand versucht es gar nicht erst und hier können wir noch nicht rein wobei wir haben jetzt einen Schlüssel oder wir haben den Schlüssel verloren und können dich nicht können dich nicht aufmachen ne das äh das aber fühlt ja nicht zu Gannon ne das führt nicht zu Gannon ne es ist alles hier super lustig ich könnte mich nicht also wirklich ich kann ich kann nicht nur absolut hier amüsieren ich finde das alles urkomisch so ich frage mich wo befindet sich eigentlich Gannons Höhle weil wir reden die ganze Zeit von Gannons Höhle wissen aber prinzipiell nicht wo sich das ganze befindet man kann es sehen man kann es sehen ach das ist der Affe kann ich mit ihm reden auch du willst meine Stiefel sind das deine du träumst wohl ich habe sie gefunden sie gehören mir gut ich bin einverstanden sie zugeben aber ich bin hungrig bring mir einen Apfelkuchen und wir tauschen wo finde ich denn einen Apfelkuchen bitteschön ist hier Gannons Versteck ach stimmt Yoda der gute Yoda hast du uns noch was zu sagen Yoda Meister Yoda es sind immer zwei nicht mehr und nicht weniger danke Meister Yoda wir brauchen jedes Mal wenn wir hier durchgehen brauchen wir einen kleinen Tipp äh wollen wir mal ne Bombe hier legen bringt zwar jetzt nicht super viel aber oder vielleicht doch Südost Trifrost Tissel Sumpf Westenfundbüro Nordendorf Nordost Sandkastenwüste und Mountie Python ne ach stimmt das ist derjenige der mit seinen Plakaten hier oder so äh sozial interagiert fällt mir jetzt gerade auf der Zwinker dieses oh das ist ein Pilz ein Pilz ist das aber wenn man genau hinsieht sieht es auch so aus als ob uns ähm also ein Mario Pilz ist es ne sieht auch so aus als ob uns auch jemand zuzwinkern würde seht ihr das hier das zugezwinkert und das ist offen und das sind hier die Zähne aber man kann das sehr verschiedenermaßen äh interpretieren meine Güte Triforce Tissel Sumpf ja wir lieben das Triforce Tissel Sumpf wir sammeln ein paar Rubine weil vielleicht können wir die wo ist eigentlich der Shop gibt es hier einen Shop wo wir Apfelkuchen kaufen können auch hier können wir Apfelkuchen kaufen ein Apfelkuchen nicht ganz frisch aber egal kaufen sie ihn doch bitte kosten 42 Rubine wir haben genug kaufen du hast einen Apfelkuchen gefunden er ist schimmel dich aber das wird dich mir nicht kümmern wir werden glaube ich den Affen gleich umbringen nice und auf den braucht ihr nicht zu hören ne warum ich gebe dir 100 Rubine wenn du den Rasen mähst das wird nicht vorkommen das wird niemals vorkommen ne das ist schon der Scherz an sich ne lol ne weil wir das geglaubt haben weil wir tatsächlich so gutmütig waren und das geglaubt haben also Leute am besten niemanden mehr glauben zumindest nicht in diesem Spiel Meister Yoda ich habe gute Beziehungen zu Cookies danke Meister Yoda das hat mich jetzt erleuchtet ich hätte jetzt auch gerne Cookies 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 ein Apfelkuchen hier sind deine Stiefel die Schnürsenkel fehlt naja ich war hungrig du hättest schneller sein müssen uc 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 du hast die Pegasus Stiefel gefunden ohne Schnürsenkel sie sind schwer zu tragen aber man kann sehr schnell laufen ja ähm aber wie kann ich so leider das wollte ich gar nicht ähm muss ich die vorher ausstatten ja ich muss sie vorher ausstatten ja ähm ich geh mal ich geh mal in die falsche Richtung ist das random ja das ist random aber in den meisten in einigen Fällen habe ich dann auch wiederum Glück ja das ist random ich drücke auf nichts warte ich bleib hier ne ich drücke jetzt nichts ich drücke jetzt nur die die entsprechende Aktionstaste jetzt passiert nichts ok das passiert von alleine die Stiefel sind sind sie ja suboptimal ne ich will kann ich die Tür irgendwie ne ne es geht nicht ok ähm da dann ähm dann halt ne wo sind die Sora Flossen ich hebe jetzt mal hier ein paar Steine hoch möglicherweise finden wir eine weitere Flasche aber das glaube ich eher weniger weil wir haben schon alle Flaschen mehr gibt's gar nicht das hätte ich wissen müssen diese Pegasus Stiefel sind so oh nein ich will nicht übrigens die Steuerung die verselbstständigt sich auch ich weiß nicht ob das ein Fehler ist das kann ich euch gar nicht sagen ne auch wir achten auf die Gleichstellung der Geschlechter ja da müsste aber auch Zelda auch dieses Spiel spielen also da müssten wir eigentlich auch ähm äh Zelda auch spielen dürfen wenn das so ist ja wir müssen glaube ich zum Triforce Sizzle Sumpf wenn man uns dann lässt das Problem an der Geschichte ist es ist äh nicht so einfach seht ihr warum ohne Sora Flossen oder ohne ohne grundsätzliche Flossen ach ich diese Pegasus Stiefel die sind richtig schlimm hier können wir hier können wir aber weiter geht's nicht möge das Triforce mit dir sein danke Meister Yoda die Zukunft ist immer in Bewegung also wir werden uns die ganze Zeit vorlabern stellt euch darauf schon ein und die Steuerung hat sich schon wieder verselbstständigt ich wollte es nur gerade sagen ich glaube seitdem ich komischerweise diese Schuhe trage und das war gerade falsch so ähm woher kennen wir diesen Gegner? jetzt können wir das aufmachen oder? ja wir können das aufmachen Level 2 Tempel der Dummheiten endlich mal ein ernstzunehmender Dungeon und du hast einen Herzcontainer gefunden du hast soeben ein neues Herz gewonnen das rockt ich werde echt nicht mehr bei diesem Spiel bewahre sie in deiner Flasche auf naja auf einmal können wir sie in unserer Flasche aufbewahren aber sie wird nicht aufbewahrt so ne hier können wir noch die Steuerung verselbstständigt ist schon wieder ich weiß nicht ob ich es liegt das vielleicht an meinem Controller das muss ich mal in anderen Spielen testen aber ich habe irgendwie das Gefühl das liegt nicht an dem Controller dummer Moblin oh ne oh verdammt ich bin echt auf die Dungeon Karte gespannt weil die letzte Dungeon Karte ich weiß ich rede zu oft davon aber ich verweise gerne auf den letzten Part ich will nicht zu viel vorweg nehmen für diejenigen die das nicht gesehen haben aber diese diese Karte war sagen wir mal höchst interessant du hast einen kleinen Schlüssel gefunden damit kannst du eine verschlossene Tür in der Nähe öffnen das hört sich jetzt also ins achso ich kann nur von der anderen Seite alles klar kann ich hier nicht durch ich kann nicht durch insgesamt macht dieser Dungeon dann noch im halbwegs vernünftigen Eindruck aber das das kann das kann wohl täuschen ich gehe davon aus dass das dass das dass das oh hier eine eine bewusste Täuschung ist das heißt wir müssen hier durch dann da durch und dann hier alles klar dann sind wir wieder eigentlich am Eingang fast warte ich ich probiere es mal ich probiere es nochmal ich probiere es gleich nochmal aus so ich wäre das jetzt ein normales Zelda Game hätte ich jetzt gesagt das Dungeon Item wären die Flossen beziehungsweise die Zora Flossen aber das kann ich hier nicht mehr sagen also Link Link ändert ständig seine Richtung ich frag mich grad wirklich liegt es am Controller oder liegt es an mir hier sieht man es das ist sehr einfach zu erkennen mit Sicherheit werden wir die Pfeil und Bogen hierfür benötigen damit wir die Tür da rechts glaube ich öffnen können hier ist auch das Dungeon Item du hast einen Kompass gefunden jetzt weißt du wo sich viele Dinge befinden Truhen Schätze und der Boss das nenne ich Fortschritt wahrhaftig ein Fortschritt eine Fee wartet da auf uns ist wahrscheinlich der Endboss oder so keine Ahnung ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht was ist das ich war es sind sehr viele Truhen hier ich möchte lieber nicht nachfragen was sich hier befindet so die Tür kann noch nicht geöffnet werden wie wir sehen können das heißt wir müssen erstmal hier durch und keine Ahnung ob wir damit was erreichen können ich glaube nämlich nicht das Problem ist wir haben auch gar keine Karte hier das das funktioniert nicht das funktioniert nicht aber das geht doch gar nicht ich checke ich checke das nicht den Schlüssel können wir logischerweise nicht ausstatten ich habe Angst vor den Pegasus Stiefeln aber die statten wir jetzt mal aus einfach nur damit wir damit ihr auch was zum Lachen habt das ist doch gar nicht möglich oder ist das unsichtbar ne wir brauchen dafür die Feder Feder und Pegasus Stiefel ja hier wird weiterhin Minecraft gespielt ach hier waren wir noch nicht okay so zu deiner rechten Tribut an einen wirklich dummen Test äh was ach Gott wisst du was das brauche ich gar nicht und aus welchem Grund soll ich durch diese Tür gehen denke nicht einmal daran du brauchst drei weitere von von ihnen um einen weiteren Herz Container zu bekommen okay die bleiben offen ich hatte die Befürchtung gehabt ich bin hier gesoftlockt wirklich ich hatte wirklich diese Befürchtung ach jetzt gehen sie komm ach so das ach ne quatsch ich wollte gerade sagen okay das ist schon mal sehr gut aber die Frage ist was nützt mir das erst mal nichts was ist das ich kann nicht mehr Alter Leute ein Fragezeichenblock warte was kommt jetzt noch als nächstes was kommt als nächstes da raus decay fass ein decay fass ne wenn wir schon hier sind ne dann dann oh gut Mario wir können wir können eigentlich los wir können jetzt eigentlich los oder ok minecraft axt für die minecraft fans unter euch ich weiß viele mario fans sind komischerweise auch minecraft fans oder zumindest die die mir immer zuschauen weil sie sagen spiel doch mal minecraft ist aber ich es aber warum ich nicht spielen will weil ich halt nicht will bin halt nicht der minecraft tut jetzt wird der eine oder andere sagen ja der der sehr gut danke wo wir gerade von minecraft gesprochen haben liebe freunde ach wie gut dass er mich schon vorher getroffen hat ach komm jetzt lass endlich kann man ach ich blicke hier nicht mehr durch wir sagen können das ist eine versteckte oh äh andere seite mal schauen was es ist ein weiterer kleiner schlüssel hört sich gut an ist auch gut ähm das ergibt keinen sinn aber ich vermute das soll es auch nicht ja guck hier kann sie gar nicht durch what so wie geht es hier weiter hier wäre eine möglichkeit eine karte wäre echt cool aber ich befürchte die karte bekommen wir später oder auch gar nicht wenn man uns natürlich ärgern möchte ich sehe schon was hier los ist ein weiterer kleiner schlüssel das heißt aber ähm geht es gar nicht weiter ne Musst du mich raten, wir werden gleich ertränkt Was ist das? Ein weiterer kleiner Schlüssel Gibt's hier mehrere Dungeon Items? Wir haben gerade vorhin auch eine weitere große Tour gesehen Aber gut, das erklärt natürlich hier die Menge an Jetzt komm Die Menge an Truhen, die noch verfügbar sind Oh, drei Drei von denen Oh mein goodness Eigentlich gar nicht mal so schlecht Die haben mir eigentlich einen Gefallen getan Und ich merke gerade, sie konnten mich gar nicht treffen Weil ich war halt Über den So, Wasser können wir noch nicht ablassen Das wäre zu einfach Und ich sehe in welcher Richtung das geht Oh goodness Jetzt sind wir wieder hier Wollen wir hier sein? Ist das eine gute Idee? Oder warte, hier waren wir noch gar nicht Zumindest habe ich die Ritter nicht wahrgenommen Ja, danke Das ist nett, aber Ich glaube, wir können ansonsten Hier nicht viel machen Naja, weil das wird hier gar nicht gefüllt Ich kann ganz kurz schwimmen Was bringt mir das, wenn ich die nicht In der Flasche In der Flasche aufbewahren kann Das ergibt alles keinen Sinn Das ist alles Das ist alles wirklich sehr, sehr Eigenartig hier Was hier, was hier, was hier vor sich geht Das ist Oh Ein weiterer kleiner Schlüssel Ich habe noch nie so viele kleine Schlüssel gehabt Wobei Ja Vier Ich denke schon doch Endlich die Karte Und weine, wenn du siehst Wie groß der Dungeon ist In der Tat Dieser Dungeon hat eine Eine respektable Größe Er hat eine sehr, sehr respektable Größe Zu deiner Rechte Genau In diesem dummen Test Ja Ein dummer, dummer Ein dummer, dümmlicher D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dummer Test Und wer halt da halt dumm ist Ist er halt Dumm, ne Das ist halt so Ähm Ich habe keine Ahnung Ich habe so viele Schlüssel bei mir Aber Nützen die mir was Und dieses Dieses random loslaufen, ne Ich frage mich, ob ich vielleicht Den Analogstick Drift habe Oder ob es das Spiel selber möchte Dass ich Automatisch rumlaufe Weil ich drücke jetzt nichts Es passiert nichts Keine Ahnung Vielleicht habe ich wirklich einen Drift Oder ich laufe hier besoffen herum Seitdem Komischerweise Seitdem ich diese Pega So Stiefel habe Ich kann es mir nicht erklären Und äh Ich befürchte Ich muss äh Eine komplette Runde machen So scheint es mir Hör auf jetzt random zu laufen Ja, aber warte mal Ey, was Ich wollte da gar nicht lang laufen Aber ne Ich sag Wie gesagt Wenn ihr auf den Knopf drückt Drückt dann Äh Viel Glück Viel Glück Viel Glück mit der Richtung Ja, das ist ja eigentlich Der einzig logische Weg Bla Bla Okay Wo waren wir noch nicht Wir waren da noch Glaube ich Noch nicht Meine ich denke Ich bin nicht der Meinung Oder wir konnten das noch nicht erreichen Wir konnten das noch nicht erreichen Okay Ich bin gerade von alleine Nach oben gegangen Ich wollte es nur sagen Kriege ich Geld? Nein Ich kriege gerade von alleine Ich kann mich Bananen kriege ich auch keine Iyashi? Iyashi Warte ich hier Aber wie komme ich da ran? Ich muss von dort lang Äh Gibt es hier Wenn ich nach links gehe Vielleicht einen Gang? Möglicherweise Nein Und das kann ich ja auch nicht machen Das ist ja nicht möglich Norden Gefahr bitte nicht betreten Ach Kein Problem Haben wir im Griff Alles gut Es kann nur Stunden dauern Das ist wenig Zumindest verhältnismäßig Ne Wir machen es ganz easy So machen wir es genauso Warten erstmal ab Autsch Das sollte eigentlich nicht so sein Aber es Eigentlich können wir das auch so machen Wir locken die einfach hierher Klappt ganz gut wie ich finde Und den letzten können wir auch so besiegen Keine große Sache Ach jetzt Jetzt lese ich das erst WTF Dieses Spiel bringt mich noch ins Grab Ähm Ja ähm Wir haben hier links eine Truhe Die Was bringen wird Wahrscheinlich schließen sich die Türen Ein weiterer kleiner Schlüssel Aber gehe nicht in den Osten Dort ist es sicher gefährlich Nette Warnung Danke Warte Wir Wir können ja gar nicht Also was sagst du uns Süden Gefahr betreten auf eigene Gefahr Ja Ja Dasselbe Spiel nochmal Wieder WTF Aber wir können es auch so machen Bin ich bescheuert Ich Komm Ja ist gut jetzt Ich weiß dass ihr mich gerne habt Aber bei meinen droppen sie Herzen Das finde ich wer WTF Ja das Kannst du laut sagen du Aber hier weinen wir doch schon mal Oder nicht Oder war das Ist es Keine Ahnung Es sieht alles gleich aus Westen Gefahr Es wäre eine schlechte Idee Dorthin zu gehen Sagt wer Ja viel können wir nicht machen Nein Die einen sagen der Osten ist gefährlich Die anderen sagen der Westen ist gefährlich Ja das Ach Wir können nur hier Wir können nicht da durch Wir können aber hier durch Welchen Nutzen das hat Das kann ich euch nicht sagen Oh Gott nein Bitte nicht Ich glaube jetzt müssen die Bomben Sehr smart platziert werden Das können wir aber erreichen Oh Gott was ist das Unten rechts für ein Schalterrätsel Bitte schön Oh nein ich wieder schon Eines dieser Dieser hirnlosen Rätsel Oh ja Ich sehe schon Wo war ich schon Okay Hier war ich noch nicht oder Yes Oh nein Ich meine was ich hier oben rechts Hier war ich glaube ich noch nicht Ja okay Ja da geht es weiter Hier Das weltbeste Rätsel Das müsste sie gesehen haben Ja da kann es nur noch hier oben sein Oder auch nicht Ähm Ich glaube irgendwas habe ich falsch gemacht War das hier Ich glaube hier war noch was Ne Oh Ja das ist toll Weil ich vor allem gut in Merken bin Ich könnte mir das so aufschreiben Aber Wo wäre denn der Witz Hier waren wir Hier waren wir Waren wir schon hier Hier waren wir auf jeden Fall Hier oder Hier oder Soll das so überhaupt irgendwo hinführen Ach warte hier Ach warte hier Aber das führt doch auch nirgendwo hin Hä Und Was merken wir uns jetzt Gehen nochmal hier lang So ne die führt nirgendwo hin Ich glaube die auch nicht Aber wir testen es nochmal zum zweiten Mal Und Oder auch Nicht Ich sag jetzt nichts mehr Goodness Ja ja Komm Das könnte doch nicht alles Das könnte doch nicht ernst meinen Leute Natürlich Kriege ich das Herzchen noch Ja Verliere es auch gleich wieder Das hat sich sehr sehr gelohnt Oh nein Oh mein goodness Ja Ähm 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 Äh Äh Ups nein Äh Ja Hm 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 Warte 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 Keine Ahnung was ich hier mache Erwartet das jemand von mir Dass ich das weiß Nee oder Nee oder Das kann nicht wahr sein, es ist nicht deren Ernst Oh, goodness, was? Ja, das geht uns ja nicht weiter, ne? Ich habe mich gerade selber weggesperrt Kann man den da reinschieben? Nein, da kann man nicht Die kann man da nicht reinschieben, okay Kann man die auch resetten? Ich garantiere für nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt weiterkommen kann Ich glaube, ich, ich Habe mir mein eigenes Grab geschaufelt Gibt's auch, gibt's auch einen Telefonjoker? Ich frage für einen Freund Damit wir das schon mal haben So, ich, 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 ich resette das mal kurz Eventuell Keine Ahnung, ob man das Weil hier komme ich auch nicht durch, ne? Hier komme ich auch nicht durch Keine Ahnung, ob man das irgendwie lösen soll Das ist, das ist pure Comedy Die zwei, ich, 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 ich Steht hier irgendwas vielleicht? Ich versuche irgendwelche versteckten Botschaften zu entdecken, die ich wahrscheinlich gar nicht verstehen kann. Ich versuche irgendwelche Gefühle zu entdecken, die ich nicht versteckte, die ich nicht versteckte, die ich nicht versteckte, die ich nicht versteckte. das ist natürlich das geht mit sicherheit irgendwie oder wir müssen wieder auf irgendein schalter tippen aber das scheint mir so ein zentraler raum zu sein da irgendwie ein weiterhilft aber dieser raum soll nicht machbar sein oder ich bin wahrscheinlich der einzige depp der irgendwie das gerade macht der einzige warte vielleicht kann man sie zum explodieren bringen es ist eine reine verzweiflungstag leute du denkst du kommst weiter aber du bist am ende dann doch nicht weiter ja 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 faszinierend ich hab's doch gerade gehört ich bin zum kuscheln vorbeigekommen ja ok ich tobe mich noch ein bisschen aus ich weiß aber noch nichts ok es ist wieder falsch ja ok ok man kann es schaffen es dauert nur 300 jahre habt ihr so lange zeit ich befürchte wir müssen dann auf dieselbe art und weise wieder zurück deswegen ich weiß nicht ob das eine kluge entscheidung ist dass ich die so willkürlich verschiebe wäre gar nicht mal so schlecht hier so ein paar lücken zu lassen wäre denke ich mal ganz angemessen hätte ich jetzt gesagt oder auch so mittlerweile geht's so können wir zumindest den weg wieder freistellen wobei wenn wir eine treppe betreten wird das glaube ich wieder zurückgesetzt deswegen eigentlich weniger sinnvoll aber ja 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 das ist so nervig so prinzipiell nur die zwei noch sie und der ja ja warum ich ja ja manchmal frein mich, warum er sich grad nicht weiter bewegt wo war ja nie nie nee hahaha zu einfach gedacht ich dachte ich komm da auch so durch aber nein aber das passt zu weit so So, okay, da haben wir Diese Bürde wurde uns schon mal genommen Und, oh Gott Wundervoll Nein, oder? Echt jetzt? Ich hab mir keine Angst ein Gott, ist dieser Dungeon bescheuert Aber irgendwie auch Verschlossen Ach stimmt, ich hab gar keine Schlüssel mehr Okay Ist mir gar nicht aufgefallen Ja, dann geht's natürlich nicht weiter Das macht aber nichts Wir haben es weit geschafft Aber nicht weit genug Achso Ja, ja, Schalter Schalterdingens Schalterdingens Schalterdings Schalterdingsbums Den Schalter zu drücken Wird dich entzücken Und Davon bin ich der festen Überzeugung Das ist uns das drücken Das ist uns die Betätigung Die Betätigung des Schalters Ja gut, dass sie respawn Ich hätte nicht mehr denken können Ich hätte nicht mehr denken können Nein, oh Mann Gott sei Dank noch einer Dies Spiel dieses Spiel bitte nicht, okay Vor allem das mit dem Pegasus Stiefel ist so nervig Links sollten wir nicht hin Da waren wir glaube ich noch nicht Ach, da waren wir schon doch Hahaha Hahaha Okay Bombies Hübsche Bombies Schöne Bombies Wie geht es jetzt weiter Prinzipiell müssen wir irgendwie Diesen Raum mit den Truhen erreichen Mit der Truhe Bisher gesagt Die können wir nicht Hierüber erreichen Wir müssen weiter nach unten Können aber hier nicht durch Weil uns der Weg versperrt ist Und hier Wäre Ne Könnte man hier durch Was man nicht kann Eine Möglichkeit Also wir haben zwei Drei Türen Die wir nutzen können Bei einer waren wir schon Und will ich da Will ich da wirklich durch Will ich da wirklich durch Genau Das war dieser dunkle Ort Dieser finstere Ort Dieser finstere Ort Der Dunkelheit Der mich nicht schlafen lässt Da wir aber jetzt Glücklicherweise Die Karte haben Können wir uns Mehr oder weniger Zurechtfinden Goodness Was ist hier los Hier wäre eine Truhe Die wir Noch nicht Erreichen können Schade Dass hier Nicht Nirgendwo steht Wo sich ein Schalter Befinden könnte Hier unten soll Angeblich ein Item Ein Dungeon Item Eines der Vielen Dungeon Items Sein Das glaube ich Aber erst Wenn ich sehe Was ist Wenn ich runterfalle Wo lande Ich dann Hilf mir jetzt Nicht weiter Ah ich sehe Ich sehe Dass ich Nicht Sehe Stimmt Hier wäre es Gewesen Das ist interessant Oder auch nicht Ich will wohin Lande Aber irgendwo Ganz anders Oh wie nett Aber immerhin Diese Gegner Die sind noch In Ordnung Bekomme ich Einen Schlüssel Ich bekomme Einen weiteren Kleinen Schlüssel Das ist schon mal Sehr gut Damit ist mir Auf jeden Fall Schon mal Geholfen Weil wir hatten Ja eine Verschlossene Tür Vorhin Und deswegen Habe ich Nichts zu Beanstanden So geht es Mir gut Achso Das kannst du Gar nicht Okay Das musst du Wieder Zurücksetzen Okay Die bekommen Mit Sicherheit Die Flossen Das kann mir Doch keiner Sagen Was war Hier Hier waren wir Glaube ich Noch nicht Oder Keine Ahnung Sieht doch Alles gleich Aus Ist das ein Prank Es ist kein Prank Es ist ein Weiterer Schlüssel So fair Erstmann Ich speichere Ich speichere Lieber Nicht dass ich Irgendwie Zwischendurch Wieder Gesoftlockt Bin und ich Mich darüber Ärgere Wobei ich Kann auch Da auch Speichern Weil ich Glaube ich Am Eingang des Dungeons Widerstarrt Es sei Denn Dieser schlechte April Scherz Möchte Nicht Dass wir Ans Ziel Gelangen Gut Wir haben Zwei Schlüssel Theoretisch Gesehen Haben wir Nichts Mehr Verloren Aber Da bin ich Mir auch Nicht Sicher Ob Dem So Ist Boss Ist Ganz In der Nähe Ich will Mich Kurz Nochmal Umschauen Ja Okay Ich will Mich Kurz Nochmal Umschauen Weil Ich Keine Ahnung Ob Wir Weiter Kommen Ich Glaube Nicht Nicht Glaublich Ne Nein Oh Nein Hier Waren wir Schon Hier Waren wir Schon Ja 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 Okay Ein Ehrwürdiges Opfer Definitiv Hier Na komm Jetzt Können Wir Weiter Ich will Immer Alles Hier Durchforsten So Hier Können Wir Nicht Durch Hier Können Wir Glaube Ich Nicht Viel Machen Hier Ist Eine Truhe Und Die Können Wir So Erreichen Und Bekommen Im Weiteren Kleinschlüssel Siehste Das Hätte Auch Wieder Böse Ausgehen Können Deswegen Ist Eigentlich Gut Gewesen Dass Ich Ausnahmsweise Mal Die Richtige Entscheidung Getroffen Habe Und Mich Nicht Blamiert Habe Bei Diesem April Scherzen Diese 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 Dieses Prank Spiel Da 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 muss Ich Da muss ich Sagen Da kann Ich Mir Auch Selber An Die Eigene Schulter Klopfen Ausnahmsweise Mal Denk ich Meine Ich Bin ich Der Meinung Bin ich Der Auffassung Bin ich Der Auffassenden Auffassung Dass Sie Der Richtige Weg Ist Der Weg Aller Wege Ein Weg Ein Weghafter Weg Der Zu Dem Weg Führt Damit Kann Man Wege Erkennen Die Man Nicht Erkennen Kann Weil Man Sie Nicht Erkennen Wollte Oder Möchte Oder Weil Angst Vor Dem Weg Hat Weil Der Weg Selbst Vor einem Angst Hat Und Ich Weiß Nicht Warum Ich Diesen Stuss Rede Keine Ahnung Ich Weiß Nur Dass Das Wunderschön Ist Dann Ging Es Hier Weiter Oder Ich Weiß Gar Nicht Mal Oh Mann Ich Meine Schon Ich Meine Das Ist Richtig Aber Sicher Bin Ich Mir Nicht Nein Hätte Ja Sein Können Wenn Man Sich Die Wege Merkt So Wie Ich Zwinker Zwinker Dann Geht Das Absolut Klar Dann Ist Ja Alles Paletti Kannst Nur Runter Fallen Runter Fallen Das Möchte Ich Nicht Nein Bitte Nicht Yes Hier Ein Weiterer Kleiner Schlüssel Juhu 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 Hast du Nicht Gesehen Ähm Ich Würde Sagen Wir Gehen Wieder Nach Oben Wen Das Gehen Würde Oh Nein Da Ich Bin Kein Passionierter Minecraft Spieler Ich Habe Hier Eine Eindeutige Wissens Lücke Geh Mir Nicht Auf Die Nerven Du Minecraft Dude Du Craftiger Minecraft Dude Komm Gehen Wir Hier Lang Waren Wir Hier Schon Mal Ähm Das hat mir Jetzt Nicht Wirklich Weiter Geholfen Ich Wollte Eigentlich Wieder Zurück Aber Die Können Sich Nicht Von Mit Tränen Die Haben Mich Alle Ganz Toll Lieb Das Kann Ich Auch Irgendwie Verstehen Fühlt Mich Halt Alle Ganz Sympathisch Und Das War Es Auch Schon Wird Mich Halt Sympathisch Können Nicht Ohne Mich Mit Mir Aber Auch Irgendwie Nicht Ganz 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 Schwierig Ganz Ganz Schwierig Kann man Kann man Nicht in Worte Fassen Eigentlich Komm ich Hier nicht Weiter Ich Geh Ich Geh Nach Um Ich Geh Nach Um Ich Betätige Gleich Den Schalter Wenn Ich Nicht Durch Kann Weil Ich Glaub Da Hatten Wir Ein Kleines Schalter Problem Genauso Was Dann Müssen Wir Zurück Zum Schalter Oder Wir Gehen Hier Durch Nein Das Das War Die Falsche Richtung Ja Ja Ich Weiß Ich Weiß Dass Die Körperliche Nähe Sehr Viel Bedeutet Tut Das Bitte Ohne Mich Stimmt Ich kann ja Nicht Durch Die Erlösung Stimmt Hier war Die Truhe Und hier Könnte man Ah Ke 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 Oder Auch Nicht So war No Mal Die Wir Legen Diese Schöne Bombe Hierhin Warten Und Gehen Nach Oben Viel Schlüssel Haben Wir Wieder Meine Güte Ich Bin Eben Ein Passionierter Schlüssel Sammler Was Soll Ich Dazu Sagen Wer Kommt Jetzt Raus Bananen Mehr Nicht Niemand Mehr Na gut Nur angefahren bitte nicht betreten ja das wissen wir mittlerweile nerven tut ein bisschen ja dass das muss ich an dieser stelle zugeben aber Warte hier müssen wir lang Nein Gehe jetzt in die nein So schlimm mit dem pegasus stiefeln egal wo ich drücke ich drücke nichts Also mein tipp ganz ganz zaghaft hier drücken dann klappt es muss aber ziemlich gut koordiniert sein muss man dieser stelle auch sagen Ne Möchte ja nicht lügen Ich möchte ja nicht lügen So wir haben jetzt vier Schlüssel Und ich sehe schon das nächste bescheuerte Rätsel Da habe ich schon jetzt keine Lust Das ist so bescheuert Das ist so bescheuert Das ist so bescheuert Ich kann nicht mehr du So wir haben fast alles durch Zunächst können wir jetzt endlich unser unser schalter Rätsel darf Warten wir am meisten angst da ist der boss rechts Ja die dem ist so er Möchte ja nicht hey hmm Hmm... Mm-hmm. Das war's. Ah, ja. Warte, eins. Ich kann mir auch gar nicht merken, in welcher Reihenfolge das passiert. Passiert, genau. So, dieser Knopf, ne? Der öffnet das. Ah, dieser Knopf, den darfst du gar nicht betätigen. Der öffnet das hier. Geht das hier auch auf? Habe ich nicht darauf geachtet, aber ich glaube nicht. Ah, da schließt es wieder. Und er schließt das wieder. Wir dürfen das nicht betätigen. Schließt sich das. Oh, nein. Oh, nein. das hier schließt das das damit öffnet man das das ist eine zackassene Ne, sobald ich hier nach unten gehe. Ja, jetzt, okay, oh, meine Güte. Also, was haben wir hier? Weitweg ein Geräusch. Was auch immer das bedeuten mag. Was auch immer das bedeuten mag. So, bombige Bomben, aber die Bedingungen sind auch nicht weiter. Meine Güte, das ist ein lächerliches. Ich habe jetzt noch einen weiteren Schlüssel. Ist mir gerade aufgefallen, aber Sinn und Nutzen? Weiß ich nicht. Unten rechts ist eine Tür, die bringt uns aber nicht weiter, oder? Ja, da kannst du wirklich nur mit den Flossen hin. Es besteht gar keine Möglichkeit, da weiterzukommen. Süden, Gefahr. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Und hier können wir auch nicht lang. Bei. Warum konnten wir da nicht durch? Weil wir hier nicht, nicht lang können, ne? Genau. Wir dürfen nicht vergessen, ohne den großen Schlüssel können wir sowieso die Dungeon-Items nicht verwenden. Das heißt, wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, wie wir erstens hier hinkommen. Und es scheint mir so, es gibt einen Weg. Ich weiß nicht, ob wir den erreichen können. Das, das muss ich mal schauen. Oh, 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 das. Da sage ich nicht nein. Yoshi. Yoshi. Und die Minecraft-Axt. Ganz wichtig. Was? Ach so. Was? 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 Ne, komm, ich, 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 ich gehe weg. Das ist ein, das ist ein Irrenhaus. Ich dachte, das Fundbüro wäre ein Irrenhaus, aber das hier, das ist, das ist, das ist, das ist ein ganz anderes Level. Das ist auf einem ganz anderen Level, Leute. Unten links können wir die Truhe noch nicht erreichen. Ziemlich simpel, warum? Ne, darum. Darum halt. Genau. Kann man hier durch? Ohne Bedenken? Nein, kann man nicht. Man kann ihn nicht ohne Bedenken durch. Das ist nicht möglich. Die andere Seite wäre gegangen. Autsch. Nö. Immerhin, man muss sagen, der Dungeon ist einigermaßen halbwegs ernst zu nehmen. Halbwegs, ne? Wo wir merken, die, die Betonung liegt hier auf halbwegs. Oh. Das ändert alles. Aber. Uns fehlt der große Schlüssel. Also ändert das alles und doch auch wiederum nichts. Was, ähm. Nicht schön ist, aber was, was wir zu machen. Uns fehlt uns eigentlich hier nichts mehr, ne? Also hier, hier haben wir gar nichts mehr verloren. Außer, dass... Dass wir hier einige Türen austesten. Das ist es prinzipiell. Das ist es, dass wir mal nicht mehr von ganzem, das. Nein. Das ist, was wir Leute sind diese Akkarte. Wir haben die Kartei. Wir haben die Kartei. Wir haben eine Anzeil. Wir waren in der Kartei. Wir haben die Kartei. Wir haben die Kartei. Ja, stimmt. Hier konnten wir vorher gar nicht lang. Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Warte. 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1. Really? 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1. Ich brauche Papier. Und ich brauche Taschentücher. Zum Weinen. Ich schreibe mir das ganz kurz auf. In der Hoffnung, dass wir irgendwie weiterkommen. Gut, den Code haben wir schon mal. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Keine Ahnung, ob mir das was bringen wird. Was ist das hier? Ach, schau einer an. Schau einer an. Schau einer an. Wo führt das hin? Ach, das führt hier hin. Ach, stimmt. Warum habe ich nicht darauf geachtet? Und dann kannst du hier durch. Dann kannst du da durch. Ah ja, ich sehe schon. Nun denn, hier kannst du nicht durch. Nein, natürlich nicht. Das ist ja spannend. Warf dich spannend spannend. Spannend 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 spannend. Spie. 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 Ja, es sieht nach einem sehr schönen Abenteuer aus. Ein Abenteuer für jedermann und jeder Frau und was weiß ich noch was. Sucht's euch aus. Dann heißt es aus die Maus. War das hier? Das war hier, glaube ich, oder? Oh, goodness. Weiß es gar nicht mehr. Oh, nein! Oh, nein! So, das... Gab's auch hier links einen Weg, aber der führt dir genau dahin. Was ist, wenn die Hehl entspringen? Yes! Hier waren wir noch nicht, ne? Wir waren hier noch nicht. Sehr gut. Aber, äh, Boss... Bossraum und so weiter. Ähm... Stimmt, hier sind wir abgesprungen, ne? Oder? War das hier? Nein, sind wir nicht. Und hier ist der letzte Schlüssel. Und hier kann man die Bombe einsetzen. Und hier kann man Wasser ablassen. Das ist das Rätsel's Lösung. Yes! Wow. Fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, Wasser abzulassen. Es ist beruhigend. Zu Ehren des schlimmsten Minibosses in der Geschichte des Zelda-Fangames. Oh Gott, wer ist es? Ein Exilfoss! Ritter? Aber... Es ist ja nur zu Ehren. Nein, äh... Es ist... Nein, sie meint... Sie meint es so. Es ist der schlimmste... Es ist der schlimmste Boss. Weil er bewegt sich nicht. Das war der schlimmste Boss aller Zeiten. Meine Güte. Ja, sie meint es so. Yes! Der große Schlüssel. Das ändert alles. Wir könnten theoretisch gesehen auch den Boss betreten. Also den Bossraum betreten. Wenn wir wollten. Das tun wir aber noch nicht. Wir grabben uns alles, was wir können. Du hast die große Bombentasche gefunden. Toll, jetzt kannst du elf Bomben tragen. Das ist gar nicht mehr. Ne? Man... 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 Man merke... Man... Man merke sich, okay? Man merke sich Folgendes. Folgende Sache. Ähm... Wir konnten... Ne? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir konnten vorher... Ähm... Hey, kann ich gar nicht. Okay, ich muss vielleicht abspringen oder so. Keine Ahnung. Wir konnten vorher zehn tragen. Und ich habe schon fast die leise Ahnung, dass wir statt elf dann zwölf tragen können. Aber vielleicht liege ich da falsch. Vielleicht zerreißt auch unsere Bombentasche und dann können wir wieder nur noch zehn tragen. Keine Ahnung. Möglich ist absolut alles. Ja, ich... Ich sehe schon, was hier los ist. Das Item ist so gut wie unseres. Was ist es? Es ist... Den Bogen. Wir haben den Bogen gefunden. Jetzt kannst du endlich der nächste Robin Hood... Wer... Ist das wirklich dein Ernst? Ich sage dazu gar nichts mehr. Man will uns durchgehend veräppeln. Durchgehend! Ich wechsle lieber zur Karte, weil sonst bin ich hier total verwirrt. Ich... Ich... Ich falle vom... Ich falle vom Glauben ab. Ernsthaft? Gut. Ich wollte dich gar nicht hin, oder? Man kann ja diesen Weg trotzdem nehmen. Mittlerweile sind wir... Ja, ich... Ich hab's verstanden. Ja. Das Ferienparadies ist mit mir. Du hast keine Zauberflasche. Ja, ich... Manchmal denke ich, ich bin selber eine Zauberflasche. Ich fühle mich sehr oft wie eine. Wie war nochmal der Weg im Eingang? Ja, ich weiß, ihr wollt knuddeln. So, die Statue. Wahre Zelda-Veteranen wissen's. Leute, die auch ansonsten auch so ein bisschen intuitiv unterwegs sind, wissen's. Aber Leute wie ich, die wissen's häufig nicht. Egal, ob sie Zelda-Veteranen sind oder nicht. Oh nein! Oh nein! Könnte man doch mal durch. Ich fülle mich innerlich wieder auf. Ja. Damit ich wieder Craft habe. Damit ich wieder ganz viel Craft habe. Weil ich hätte keine Craft mehr. Jetzt habe ich wieder Craft. Und hier ist es. Nein! Blamieren? Wie oft willst du dich blamieren? Ja. Ähm. Bitte, bitte. Aber... Diese Tür führt zu Gönnen. Versuch es gar nicht... Gar nicht erst, sie ohne den Hauptschlüssel zu öffnen. Es gibt einen Hauptschl... What? Es gibt einen was? Ja, dann wissen wir automatisch, was ich... Wobei, nicht unbedingt. Meine Vermutung ist, in der großen Truhe befindet sich... Ähm... Die Feder. Wir haben hier nur noch einen Slot. Das würde passen. Und ja, wir haben auch tatsächlich einen freien Slot für den Hauptschlüssel. Ja, das... Habe ich mir ja toll ausgemalt. Hätte man ja nicht wissen können, ne? Wobei, doch irgendwie schon. Ja, warte. Es gab ja... Es gab ja gerade diesen einen Weg. Den nehmen wir nochmal. Das ist dann alles gut. Das ist... Das mit den Türen ist nur noch nervig. Das mit den Türen ist einfach nur noch nervig. Ich finde, wenn man das Herzteil jetzt besorgt hat, sollte man... Auch... Es auch gut sein lassen. Also, dass das... Dass das normal komplett... Äh... Als gelöst gekennzeichnet wird. Oder was weiß ich wie. Aber das ist jetzt nur noch... Das ist jetzt nur noch eine wahre... Ein einziger Tortur. Mehr ist das nicht. Und hier war... Hier bist du mal runtergefallen, ne? Oder nee, hier bist du gar nicht runtergefallen. Hier bist du nicht runtergefallen. Nein, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ich finde auch cool, dass ich... Äh... Fähre... Fähren gefunden habe. Die Frage ist, wie finden sie mich? Diese Frage konnte mir ein bisschen noch keine beantworten, aber... Irgendwann werden sie mich auch von alleine finden. Da bin ich mir sicher. Ich spüre es. Ich spüre es irgendwie. Ich spüre es beim Spüren. Bin ich hier richtig? Ähm... Irgendwie glaube ich nicht. Je länger ich hier drin bin, desto... 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 mehr fange ich an zu vergessen. Und das ist nicht gesund. Ach, hier war es. Okay, alles klar. Das sollte... Das sollte so sein. Das ist absichtlich. So, und jetzt können wir hier... Wir können hier gar nichts machen. Ich bin ja genauso sprachlos wie ihr, ne? Ich weiß auch nicht, wie geschockt man sein kann. So, alles, was ich brauche, ist prinzipiell. Die sollte mal nicht fallen. Wir müssen noch einmal den Schalter bezittigen. Wir müssen das noch mal tun. Zur Ehre der Ehre. So. Ne? Wir tun das zur Ehre der Ehre. Weil wir ehrenhaft geehrt werden. Und geehrt werden wollen. Und selber ehren wollen. Weil wir... Ehrflüchtig sind und ehren... Ehrenvoll sind. Genau so ist es. Ich denke, ihr habt alles verstanden, was ich gesagt habe. Und ist sowohl... Oh nein! Ich wollte gerade eigentlich mit den Pegasus-Stiefeln da rennen, aber... Hätte ich gar nicht angehabt. Soll mal vorkommen. Soll mal vorkommen, ne? Das soll mal vorkommen. Das ist... Ist menschlich. Ne? So, jetzt aber. Süchte. Der Weg aller Wege. So, jetzt können wir den... Ach, hier. Stimmt. Hier war... Ah ja, deswegen. Warte. Nein. Oh! Na, lass mich raten. Lass mich raten. Lass mich raten. Es sind, äh... Es ist diese Zahlenkombination. Wie gut, dass ich sie hier liegen habe. Wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Drei. Als erstes. Aber so lange kann... So viele Pfeile habe ich gar nicht. Drei. Nein. Ach. Eins. Vier. Zwei. Anfang des Codes erkannt. Zugang autorisiert. Aber wenn du den Rest des Codes eingibst, wird nichts passieren. Wenn du einen Rat brauchst... Wenn du einen Rat brauchst. Das war die ganze Zeit ein Prank. Das hätte ich wissen müssen, aber... Komm. Es ist geschenkt. War ein sehr netter Scherz. Und der Scherz geht noch weiter. Ihr ahnt schon, wie man diese Truhe erreichen soll. Ihr ahnt es schon. Und hier erreicht man sie auf jeden Fall nicht, weil das war die andere Seite. Ist schon mal gut, dass man das weiß. Und du wirst am Anfang befördert. Gut zu wissen. Du wirst am Anfang befördert. Ich werde nicht mehr. Hier. Endlich. Was ist es? Es ist die Feder. Es ist die Feder, Freunde. Es ist die Feder. Die Feder leicht ist. Genau. Feder leicht. Genau. Die Greifen-Feder. Genau. Ja, alles klar. Äh, 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 äh. Oh, oh, nein. Oh. Aber. Jetzt aber. Nein, ich wollte... Hä? Warte, warte, warte. Gott, Gott, Gott. Mann, ist... Ah, ist das... Ist das fummelig. Ich kann hier nicht mal die Feder verwenden? Nein. Ja, warte mal. Nein. Ah, 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 ah. Warte, wir brauchen eine... Wir brauchen die richtige Kombination. Warte, jetzt komm. Nein, warte. Ich nehme den sicheren Weg. Ich gehe langsamer jetzt. Am Ende scheitere ich an irgendwelchen Lappalien. Ist es dir im Ernst? Ich finde einige Sachen nicht mehr lustig. Wo war noch mal der Fe... Jetzt brauche ich den Feenraum. Kriege ich den jetzt? Übrigens, ich bewege meinen Joystick nicht. Ich gehe nach unten. Ja, ich kann höchstens das hier machen. Und das hier. Um die Richtung zu bestimmen. Mehr kann ich aber nicht machen. Schlimmste Miniboss. Ich werde ihn niemals vergessen. Hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Genau so sieht es aus. Ja gut, dann wollen wir erst mal nach unten. Wir können ja sowieso nicht zu gönnen. Ist mir gerade aufgefallen. Ich weiß nicht, warum ich gerade das machen wollte. Aber gut. Das kann ja mal vorkommen. Das kann dem besten mal vorkommen. Wir müssen wieder an den Anfang des Dungeons zurück. Genau das müssen wir. Diese, diese Randomness. Ich werde niemals darauf klarkommen. Warte, 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 jetzt. Das ist wirklich sehr lohnenswert. Nein, ich will jetzt in die, gehe in die richtige... Oh, du Kleiner. Wobei Link nichts dafür gekommen ist. Sorry, Link. Sorry, Link. I'm very sorry. So, jetzt, ich bin immer gespannt, wie ich das jetzt schaffen soll. Ich meine, ich bin am Dungeon, ich bin am Anfang des Dungeons. Das heißt, mir kann nicht mehr viel passieren. Ich bin echt gespannt. Nein, ich werde springen. Nein, ich werde springen. Nein, ich werde springen. Ah! Warte, warum, 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 warum gar nicht nicht springen? Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. so jetzt haben wir den boss schlüssel gefunden endlich kannst du dich mit gerne dem herr denn dieses ortes treffen endlich war es geschafft schnell zu kennen dann haben wir alles geschafft meine güte ohne mir ein tipp einzuholen das ist rekord mit einigen schlichten witzen hallo kommst du zurück nein sie konnten sie kommen nicht endlich noch ein letztes bisschen normale ein letztes mal veräppeln noch mal ein letztes mal veräppeln bevor ich komplett den verstand verliere ganz genau genau so ist es geht es hier durch dann dadurch so ich bin mal gespannt wie dieser kampf sein wird brauchen wir feile brauchen wir sonst was keine ahnung ich weiß es nicht wir probieren wir probieren alles aus let's go hier ist er gerne prinzessin zelda nein sie ist nicht hier du bist mit ihr gegangen wir haben dich alle gesehen sogar gern kann sich daran erinnern dass ich dass ich dass ich besoffen mit prinzessin zelda irgendwie was gemacht habe außerdem hat niemand damit gerechnet dass sie gestern den abend mit dir verbringen würde was soll das denn heißen was willst du damit sagen aber sie tat es ich würde gerne mehr fragen stellen aber ich glaube ich das wäre jetzt nicht schön wir glauben schon fast dass sie dich charmant findet du dachtest ich hätte sie entführt kurz gesagt sie ist nicht da hast du überall in deiner wohnung nachgeschaut was willst du damit sagen du solltest dich von zeit zu zeit in deinem haus umsehen inzwischen habe ich nichts gegen einen kleinen todeskampf und was ja ok endlich ein ultimativer bosskampf ein bosskampf keine feile mehr aber wir haben jetzt sicherheit hier welche nein haben wir nicht aber wir haben jetzt sicherheit hier welche jetzt lass mich raten wir müssen die hier rein schubsen nein also es funktioniert nicht das ist der schwerste gennen kämpft kampf alle zeiten ich bin schon fast platt habe ich kann nicht mehr treffen bonden nein nein ähm warte das ist es so was ist unsere ultimative belohnung gar nichts das ist immerhin wir haben gerne musik jetzt müssen wir zelda irgendwie retten herzlichen glückwunsch starby but our princess is another castle dein ernst ja wir haben alles hier geschafft hätte ich nicht gedacht ente haken haben wir jetzt nicht und soraflossen bekommen wir wahrscheinlich auch nicht oder man könnte sie bekommen oder hier rechts ist gar nichts ich für fürchte dich vor der dunklen seite des try for sizzle du musst es sind immer zwei nicht mehr und nicht weniger ohne meister jodas tipps hätte ich niemals geschafft leute nicht nur ohne seine tipps sondern auch unter ohne eure ihr habt mir wertvolle tipps gegeben erinnert ihr euch an welche ich nicht ne der größte april schatz war immer noch das von ihm ich gebe dir 100 rubine wenn du den rasen mäßt ja ähm wo war nochmal mein zu hause war das hier glaub schon ne nein das war das der dude der unter wasser gesteckt hat und wir können das hier noch machen leer hast du wirklich geglaubt du würdest hinter deinem haus einen schatz finden ich habe es gehofft aber viel mehr hätte ich nicht erwartet so ne hier war zum ende des spiels außer betrieb und nur noch zwei herzzeile aber wenn ich ehrlich zu euch bin w-w-warum noch wofür ich finde ich war hier dritter drinnen war noch eins aber warum noch also wir sollten also zu hause nachschauen ich weiß es warum ist auf einmal das war vorher nicht offen aber wir hatten auch schon mal so ein keller und hier ist du hast eine große rubin tasche gefunden du kannst damit jetzt 300 rubine tragen schade dass der spiel vorbei ist du hättest es du hättest sie benutzen können ne jetzt 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 werden wir so richtig beworfen jetzt werden wir so richtig beworfen eine truhe das ist die einzige du hast prinzessin selda gefunden es scheint als hättest du sie einfach in deiner truhe vergessen du hast mich hier eingesperrt und mich dann vergessen du hast mich im keller verrotten lassen du und deine kumpel sind einfach nur alkoholiker das ist überhaupt nicht lustig diesmal habe ich die nase voll von deinem erziehen ich werde wütend ha oh nein nein oh gott Hilfe Hilfe ich kann sie nicht besiegen help ich werde dich mit einem croissant verjagen das ist das ende des spiels liebe freunde diese spielparodie wurde in sieben wochen von team hinter selda mystery of solaris dx erstellt ne das haben wir auch gespielt um den ersten april 2011 mit hilfe von ein paar pizzen und einer hohen dosis koffein zu erstellen wahrscheinlich der umbruch ne credits programmierung christopher ne the best man christopher der hat es einfach drauf karteneinstellungen christopher metallizer joshi04 benny owann sami 01 oder sam 101 mimi dungeon konzeption das fundbüro metallizer haben wir das zu verdanken tempel der dummheiten christopher und these guys sadis 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 genau diese typen sind sadisten zusätzliche grafiken new link englische übersetzung baffelten kageno sensei b-b-b-color b-color at open b-s-d.ort besondere dank an 10 190 j 19 neo-vice typ typ type bin bin kue ist ja ein französisches team was da zum teil hinter steckt nox neo geomaster help the wretched wincud screw jb-jb-jb-jebull du hast das ende erreicht www.solarusgames.org thats it guys das war The Legend of Zelda Mystery of Solaris XD Wir schauen uns nochmal den schönen Startbildschirm an Der ist wundervoll, das ist der beste Startbildschirm aller Zeiten Einen schöneren kenne ich nicht Und ihr kennt auch keinen Wenn ihr das behauptet, lügt ihr Das ist der schönste, schönste Startbildschirm, den ich je in meinem Leben gesehen habe Man sieht auch, dass es eine GIF-Datei ist So schön ist es Keine PNG, keine JPEG Qualität, die beste Qualität überhaupt Sogar dieser Smiley, ja ich nenne ihn jetzt mal Smiley, nicht Emoji Der alten Zeiten willen Ist sehr, sehr perfekt freigestellt Diese weißen Ränder um ihn herum Das ist ein Stilmittel Das müsst ihr verstehen Das ist ein Stilmittel Und so müssen wir das auch sehen Das ist sehr, sehr seltene Kunst, die wir vielleicht nicht verstehen Aber eines Tages werden wir sie schätzen Und ein Verstehen lernen Versteht ihr, was ich meine? Dieses Spiel war eine absolute Katastrophe Und das sollte es auch sein Das war eine tolle Katastrophe Ich weiß nicht, ob die Witze jetzt gut waren oder nicht Könnt ihr auch selber mal in die Kommentare schreiben Ob das jetzt gut war oder nicht Ich fand den Schluss sehr, sehr interessant Und vor allem, wie mich dieser Dungeon hier veräppelt hat Ich fand den Dungeon Ich weiß nicht, das ist jetzt meine Meinung Ich fand diesen Dungeon sogar besser als das Fundbüro Weil du würdest Das war wirklich so eine schlechte Verarsche War am Ende mit Ganon Ne, Zelda ist nicht hier Schon mal in deiner Wohnung nach Aber auf einmal will er kämpfen Dann werfen wir ihn in die Lave rein Merken, dass wir ihn nicht mit Pfeilen besiegen können Hätte man sich eigentlich denken können Bin ich aber ganz zum Schluss darauf gekommen Lustigerweise Das war jetzt nicht geplant Das war auch nicht Irgendwie, ich hab auch nicht nachgeschaut Das Einzige, was ich nachgeschaut habe War glaube ich die Oliven Die ich nicht finden konnte oder so Weil das Das war das Einzige Den Rest konnte ich mir dann irgendwie herleiten und merken Das war aber der einzige Punkt Wo ich nachschauen musste Aber ansonsten Selbsterklärendes Spiel Nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch Aber im Großen und Ganzen Ja, ein lustiges Spiel Aber das Ich hab's für euch gespült Ihr müsst es nicht spielen Abgesehen davon kennt ihr es jetzt mittlerweile auswendig Ich geh davon aus Weil 99% der Zuschauer Von hier Also meiner Zuschauer Schlauer sind als ich Deswegen denke ich Ihr könnt dieses Game Innerhalb von einer halben Stunde Speedrun Das traue ich euch zu Ihr macht es besser als ich Mit Sicherheit wird irgendjemand Auch in den Kommentaren schreiben Dass er oder sie Das besser geschafft hätte als ich Also gerne Selber spielen Und gerne hochladen Wir reagieren alle darauf Am besten am 1. April Damit das auch alles seine Richtigkeit hat Und was ich auf jeden Fall sagen kann Es gibt auch ein weiteres April Scherz Zelda Game Das spielen wir auch mit Sicherheit Am 1. April irgendwann An irgendeinen 1. April spielen wir das Falls nicht schon geschehen Deswegen Kanal abonnieren Glocke aktivieren Und gerne auch Einen lieben Kommentar hinterlassen Und ansonsten gerne auch Die ganzen Projekte abchecken Die ich hier auf meinem Channel habe Wir haben hier genug Mehr oder weniger Ernst zunehmende Zelda Games gespielt Es werden auch mit Sicherheit Mehr sein Oder immer mehr Und immer mehr Und Mario Spiele Ich habe auch Metroid Schon gespielt Das wird mit Sicherheit Auch zunehmen Und geht in verschiedene Richtungen Mittlerweile Dieser Channel Aber hauptsächlich Gibt es auch Zelda Games Und Mario Games Und ja Wir sehen uns auf jeden Fall Beim nächsten Projekt wieder War auf jeden Fall Ein großes Vergnügen War lustig Wie man Wie man mich nach und nach Veräppelt hat War schon sehr sehr lustig Und ja Aber die nächsten Spiele Werden auf jeden Fall Etwas ernster zu nehmen sein Aber das war schön War schön auf jeden Fall Also Leute Wir sehen uns dann Beim nächsten Projekt wieder Wie gesagt Gerne mal Kanal abonnieren Glocke aktivieren Und wenn ihr mal Nicht benachrichtigt werdet Was durchaus mal Passieren kann Weil YouTube mal Nicht will Gerne auch mal Zwischendurch mal Hier in den Channel Reinschielen Vielleicht ist dann Vielleicht findet ihr dann Irgendwas Neues dann Kann auch sein Vielleicht auch nicht Wir sehen es Wir werden es sehen Also Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Es war Es war wirklich Ein Fest Ein Fest Der 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 Verarsche Ein Verarsche Wirklich Das perfekt Kann man Kann man sich An Bären nicht Aufbinden lassen Äh Das finde ich Gar nicht mal So schlecht gehalten Wobei Wie gesagt Das Fundbüro Ja es war lustig Aber es war Ein bisschen Zäh Da fand ich Diesen Dungeon Schon lustiger Es war aber Zumindest Ich muss sagen Es war zu keinem Zeitpunkt zu fies Man konnte Dieses Spiel schaffen Es war lustig Einfach ein April Scherz Ein bisschen veräppeln Aber nicht Übertrieben Dass man irgendwie Total frustriert ist Ich war zwischendurch Ein bisschen frustriert Muss ich sagen Aber Muss aber letztendlich Sagen Es war machbar Es war machbar Und deswegen Ist es in Ordnung Als April Scherz Absolut machbar Von daher Von daher Von daher Okay Genug geredet Liebe Freunde Wir sehen uns Auf jeden Fall Beim nächsten Projekt Wieder Haltet die Augen Offen Und haltet die Ohren Steif Und seid fröhlich Genauso wie ich es war Oder auch nicht war Wie dem auch sei Macht's gut Und auf Wiedersehen Tschaui Bis zum nächsten Mal